Liebe Musikfreunde aus Wiedershausen, wir bedanken uns sehr recht herzlich für die Nominierung zur Cold Water Challenge. Wir hätten uns eine Kleinigkeit überlegt, was ihr nachher auch noch sehen könnt. Nominieren wir den Musikverein aus Göringen und wir gehen jetzt nach Bohndorf zum Musikverein und deshalb nominieren wir auch den Musikverein aus Bohndorf. Wiedershausen 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018